Daniel Hoag und Alexey Bodvino. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Wo wir bei dem Tanz angekommen sind, zeigen wir, was Alfred Schnitke aus einem Tango machen kann. Das nennt sich Tango in a Madhouse. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt das ziemlich gut zu unserer Welt im Moment. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können noch! Vor allem, wenn wir dürfen, ein großer Dankeschön an BR Classic, dass dieses Konzert nicht nur heute Abend hier zu hören ist, sondern live im Radio und auch so im Internet. Und wir'd like to dedicate this final piece to our friends in Ukraine. This is the melody by Skorik, and we're thinking of you. Applaus 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 Applaus Applaus Applaus